Ich schäme mich wirklich etwas für die Story. In dem Sinne, dass ich wirklich so leicht abgezogen worden bin. Und in diesem Video erzähle ich dir, wie mich eine Thai-Frau um sehr viel Geld betrogen hat, wie sie mich in das Licht geführt hat und wie viel Geld ich wirklich verloren habe. Normalerweise würde ich auf sowas niemals reinfallen, aber es liegt einfach daran, dass ich alleine hergekommen bin. Ich habe keine Erfahrung hier in Thailand, kein Vorwissen, ich hatte keinen, der mich hier unterstützt, mir Tipps gibt, sonst was. Und in diesem Video will ich euch nicht einfach nur die Story von mir erzählen, sondern euch auch einfach warnen, weil ich denke mal, das, was mir passiert ist, kann auch sehr vielen hier passieren. Vor allem, wenn man den Menschen vertraut. Nach der Story habe ich gelernt, vor allem, wenn es zum Thema Frauen und Geld geht. Regel Nummer 1 in Thailand, vertraue wirklich keiner Frau. Die können lügen wie gedruckt, also wirklich Leute, die können euch erzählen, dass die Oma gestorben ist, ohne irgendwie eine Mimik zu verziehen. Wirklich brutal hier. In Thailand sind die Sachen halt anders, die laufen hier anders ab, die Frauen sind anders drauf. Das ist, wie gesagt, deswegen wurde ich auch so gescammt und abgezogen von einer Frau, wo ich mir jetzt heute nachher denke, es ist mir eigentlich unangenehm, das zu erzählen, weil normalerweise sagt man dir, wie kannst du nur so blöd sein, wie kannst du nur so dumm gewesen sein. Aber ja, Leute, ich weiß nicht, ich habe halt vertraut und mir ging es nicht ums Geld. Wie viel ich übrigens verloren habe, erfahrt ihr dann später. Mir ging es nicht ums Geld, das ich verloren habe. Das war mir eigentlich egal. Mir ging es einfach nur um die Tatsache, dass ich mich habe so leicht abziehen lassen. Und das hat mich ja ein bisschen meinem Ego auch gekränkt, wisst ihr. Auf jeden Fall, Leute, das war genauso wie mit der Sugar Mami in meiner Anfangszeit. Das war aber sogar noch früher. Sugar Mami war im August. Und da, wo ich abgezogen bin, war eigentlich noch davor, also wirklich frisch, als ich hergekommen bin. Das war so Frühling. Auf jeden Fall war das eine der ersten Frauen, die auch vielleicht ein bisschen älter sind. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, ich glaube, die war schon so 32, 33. Und wie ich im letzten Video auch gesagt habe, normal treffe ich wirklich nur 20- bis 23-Jährige vielleicht. Auf jeden Fall ging es ums Thema Bankkonto in Thailand. Ich wollte unbedingt ein Bankkonto haben und damals hatte ich noch kein Visa. Ich war nur mit dem, also ich war auch ohne Touristenvisa da, einfach nur mit diesen 30 Tagen. Oder sagen wir mal mit einem Touristenvisa, was 60 Tage gilt, kannst du dir kein Konto eröffnen. Du brauchst jetzt mittlerweile mindestens ein Jahr Visa und einen Mietvertrag. Früher ging das, glaube ich, soweit ich gehört habe, auch ohne oder vielleicht gibt es immer noch Agenturen, vielleicht in Pattaya oder so, die das trotzdem für dich machen, gibt es bestimmt. Aber offiziell brauchst du das, verlangen die meisten Banken. Und ich wollte unbedingt ein Thai-Konto haben. Weil ich finde es einfach cool, du kannst hier scannen, du kannst günstig Geld von Deutschland aus überweisen, du musst keine 220-Batt-Gebühren bezahlen, wenn du Geld abhebst. Auf jeden Fall wollte ich unbedingt ein Thai-Konto. Dann habe ich diese Frau getroffen, natürlich hatten wir unseren Spaß. Und dann habe ich über das Thema einfach geredet. Ich so, hey, hast du einen Plan, wie das geht? Ich habe mich gar nicht ausgekannt, Leute. Ich bin, das war vielleicht wirklich die zweite Woche, als ich in Thailand war. Ich hatte gar keinen Plan von gar nichts. Ich habe nicht gegoogelt, was man da braucht. Deswegen dachte ich mir, die wird es ja wissen. Die hat gesagt, ja, ja, ich kenne mich aus, ich weiß das. Und wie ich schon tausendmal gesagt habe, ich bin halt niemals auf den Gedanke gekommen, dass mich hier so eine nette, freundliche Dame abziehen kann. Und ich meine, die war ja auch keine 20 mehr. Ich dachte, wie kann mich eine erwachsene Frau abziehen? Ja, wir haben uns auch bei ihr getroffen, nicht bei mir. Also das heißt, ich wusste eigentlich, wo sie wohnte. Ich wusste aber natürlich nicht, wie sie heißt. Ich meine, das müsst ihr auch noch wissen, Details. Die haben alle einen Nicknamen. Keine sagt euch einen wahren Namen. Die haben alle irgendeinen Nicknamen. Auf jeden Fall hat sie gesagt, ja, das mit dem Bankkonto geht. Du brauchst aber, wie gesagt, einen Mietvertrag. Das stimmt ja auch, das stimmt ja auch. Aber ich habe keinen. Damals war ich, glaube ich, über Airbnb oder Hotel. Ich kann mich nicht mehr erinnern. So, auf jeden Fall. Ich so, ja, weißt du, wie ich es machen kann, etc. Dann hat sie gesagt, ja, ich kann dir dabei helfen. Wow, cool. Die hilft mir. Überhaupt keine Hintergedanken gehabt. Wirklich, Leute. Selbst denke ich mal, jetzt wäre ich dabei noch nicht misstrauisch. So. Sie hat gesagt, ich kann dir helfen. Und zwar kann ich dich bei mir eintragen. Sozusagen, dass ich die, dass sie die Vermieterin ist und ich der Mieter. Und sie vermietet mir ihre Wohnung. Und jetzt kommt die Sache, Leute, die mich jetzt sofort stutzig machen würde. Und damals habe ich es einfach ausgeblendet. Einfach nur ausgeblendet, weil ich ihr vertraut habe. Und zwar hat sie gesagt, ja, aber das Ding ist, wenn wir jetzt einfach zur Bank fahren und den Mietvertrag zeigen, werden die es uns nicht glauben. Dann habe ich mir so, okay, was brauchen wir? Sie so, ja, normal ist es in Thailand üblich, dass du zwei Monatsbeiträge, Deposit, also Anzahlung, bezahlst. Und dann wird es die Bank auch glauben, dass es echt ist. Das würde mich jetzt schon stutzig machen. Ich würde mir denken, warum wollen die dann irgendwie Deposit haben? Das ist ja, der Deposit ist ja nur für dich selber da. Falls du die Miete nicht bezahlst, Stromkosten nicht bezahlst oder irgendwas zerstörst, das interessiert doch die Bank nicht. Also würde ich mir jetzt denken, damals gar nicht drüber nachgedacht. Ich dachte mir, ich kann doch niemals so eine nette, hübsche Dame abziehen, oder? Ich weiß aber auch nicht, ob es schon von Anfang an der Plan war von ihr oder ob sie erst danach irgendwie spontan draufgekommen ist, hey, lass die mal abziehen. Ich weiß es nicht. Da habe ich mir nichts gedacht. Und jetzt kommt wirklich das Dumme, Leute. Ich schäme mich wirklich, das gerade zu sagen. Wisst ihr, was ich gemacht habe? Wir sind auf jeden Fall zu einem 7-Eleven gefahren und sie hat gesagt, ja, du kannst mir das Geld in Bar geben und ich zahle es ein. Im 7-Eleven kann man anscheinend auch Bargeld einzahlen und das geht dann direkt auf dein Konto. Auf jeden Fall, ich natürlich, ja, ja, sofort. Leute, das waren 20.000 Baht. Ich weiß gerade nicht, wie viele Leute das sind. Ich blende es unten ein. Das waren 20.000 Baht. Das ist über einen Monatslohn. Hier. Die Leute verdienen hier zwischen, ja, zwischen 10.000 und 20.000 in Bangkok zumindest. Je nach Beruf und so weiter. Ich denke mal so, normal im 7-Eleven verdienen 12.000 bis 15.000 vielleicht oder 10.000 bis 15.000. Ich weiß gerade nicht. je nach Region wahrscheinlich auch. Also über einen Monatsgeld. Stellt euch mal vor, wie in Deutschland, 2.000 Euro, 2.500 Euro. Dann habe ich gedacht, okay, habe ich ihr das Geld gegeben und sie hat es eingezahlt im 7-Eleven. Jetzt würde ich mir denken, Leute, wie kann sie nachweisen, dass das Geld von mir ist? Das kann doch ihr Geld gewesen sein. Wer weiß eigentlich, dass es mein Geld war? So richtig blöd. Ich habe nicht drüber nachgedacht. Also ich schäme mich jetzt wirklich gerade, das zu erzählen, weil, ja, aber wie gesagt, ich dachte mir, wie kann mich so eine Frau abziehen? Wisst ihr, Leute, auf jeden Fall eingezahlt, dachte ich mir noch nichts. Und dann sind wir zusammen auch zur Bank gefahren und die Bank war nicht irgendwo bei mir in der Nähe. Ich kann mich auch leider nicht mehr erinnern, welche Bank das war. Kann ich euch echt nicht sagen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war das schon bestimmt 20 Minuten Fahrt und ich meine, in Bangkok, keine Ahnung, jetzt mittlerweile weiß ich, man kann eigentlich ein Konto fast überall eröffnen. Muss nicht die Hauptgeschäftsstelle sein, aber ich denke mal, sie wollte halt extrem irgendwo weiter wegfahren. Auf jeden Fall nicht hinterher gefahren beim Roller. Sie ist mit dem Roller gefahren. Dann sind wir zur Bank gefahren, sitzen am Schalter und ich habe natürlich kein Wort verstanden. Ich sitze da wie ein kleines Kind voller Aufregung. Ja, ich habe gleich ein Teilkonto, ich habe gleich ein Teilkonto. Und dann hat irgendwas gefehlt. Sie meinte, es fehlt noch irgendeine Unterschrift oder so. Aber für mich, also jetzt im Nachhinein auch, sah das eigentlich alles vernünftig aus. Ich meine, die Bankangestellte hätte mir auch irgendwie sagen können, so vielleicht, ich kriege kein Konto, aber irgendwas fehlt. Sie hat immer auf irgendwas gezeigt, so als dass eine Unterschrift fehlt von irgendwem. Ich weiß bis heute noch nicht, von wem eine Unterschrift fehlt. Vielleicht von ihrem Vermieter oder so. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, Leute. Auf jeden Fall habe ich aber gesehen, dass die Bankangestellte auch drauf tippt auf das Unterschriftenfeld. Und auf jeden Fall, ja, ging das Gespräch zehn Minuten. Ich habe nichts verstanden. Und sie hat dann gemeint, Michi, es fehlt noch eine Unterschrift. Ich habe das ganze Späßchen gemacht, Leute. Ich so, hey, ich kann dir schon vertrauen, oder du ziehst mich nicht ab. Sie so, nein, 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 das wäre ja viel schlimmer, wenn du irgendwas anstellst, weil ich meine, das ist ja illegal, dass ich dir das untervermiete und so weiter. Sie wollten mir halt ein schlechtes Gewissen machen. Beziehungsweise, es ist halt so rumdrehen, dass ich ihr theoretisch was Schlimmes antun könnte und sie mir nicht. Also, dass theoretisch ich ihr was viel Schlimmeres antun könnte mit der ganzen Geschichte, als sie mir. Auf jeden Fall war bis dahin ja eigentlich auch alles noch im Rahmen. Und sie hat mir sogar, das ist eben das Ding, ich glaube, das war einfach spontan von ihr, dass sie mich abgezogen hat. Das war nicht geplant, weil sie gesagt hat, es war schon, wir waren irgendwie einen ganzen Tag damit beschäftigt, weil ich meine, wir haben uns, weiß nicht, mittags getroffen, dann musste sie sich nochmal Heimunterlagen holen und dann hat sie gesagt, ja, wir müssen nochmal zu mir fahren, wir können zu mir fahren und danach fahren wir nochmal hin. Und dann habe ich selber gesagt, ich selber, hey, lass morgen machen, weil ich hatte keinen Bock mehr. Und wie gesagt, ich werde niemals auf die Idee kommen, dass die mich abzieht. Also, und danach haben wir gesagt, okay, wir treffen uns morgen, wir treffen uns morgen. Und Leute, auf jeden Fall war das das letzte Wort, was ich von ihr gehört habe. Und auch die letzte Nachricht. Natürlich habe ich ja dann in der Früh geschrieben, nächsten Morgen, hey, wir schauen zu Hause, wie viele fahren wir. Kommt nix. Ruf Jan, kommt nix. Ja, und dann habe ich es mir schon ein bisschen gedacht. Ich denke mir, okay, es ist wirklich passiert, Michi, du wurdest abgezogen. Und danach habe ich probiert, es dir anzurufen. Und dann habe ich auch so geschrieben, ja, dass ich zur Polizei gehe. Und dann dachte ich mir selber, Michi, was bringt das, zur Polizei zu gehen? Erstens, ich bin Ausländer. Mir wird sowieso nicht geglaubt. Zweitens, was soll ich da sagen, dass ich zum Sun-Eleven gegangen bin, ihr Geld gegeben habe und ihr wisst ja, das bringt nix. Das bringt nix. Ich wusste ja, wo sie wohnt. Ich wusste ja, wo sie wohnt. Genau, was will ich nachweisen? Und dachte ich mir, okay, das bringt nix. Auf jeden Fall habe ich hier probiert, ein bisschen Angst zu machen, aber ja, ich denke mir, die wird es nicht das erste Mal gemacht haben. Und ich habe das nicht mal irgendwie meinem besten Kumpel erzählt, weil, wie gesagt, normalerweise habe ich schon ein Feingefühl für sowas. Thema Geld, Thema Vertrauen und so weiter. Normal habe ich dann Feingefühl, aber Leute, ich habe mich so wirklich geschämt. Mir war das Geld egal. 20.000 Baht, okay, habe ich gesagt, okay, das ist Leergeld. Selbst wenn es 30.000 Baht gewesen wären, hätte ich mich niemals über das Geld geärgert, sondern nur über mich selber, wie ich so blöd sein konnte. Fazit der Geschichte, Resümee, Vertrauen niemals einer Frau, wenn es um das Thema Geld geht. Es gibt noch bestimmt viel schlimmere Geschichten. Okay, ich habe 20.000 Euro und 20.000 Baht in den Sand gesetzt und jetzt im Nachhinein denke ich mir so, wo ich gerade das Video aufnehme, die hat es bestimmt nicht das erste Mal gemacht. Wisst du warum, Leute? Die glauben hier alle an Karma. Das wird normalerweise, wenn eine Frau vernünftig ist, wird sie sowas niemals machen. Das bedeutet, die hat es bestimmt nicht das erste Mal gemacht. die macht öfter solche Sachen wahrscheinlich, weil die juckt es nicht. Normale Frauen, also wie gesagt, Leute, ihr könnt es auch Frauen vertrauen. Glaubt es nur, Leute, die können lügen wie gedruckt. Die können euch so in die Augen gucken, wie ich euch jetzt anschaue und einfach eiskalt lügen, ohne die Mimik zu verziehen. Also Leute, Fazit, vertraue niemals einer Frau, wenn es ums Geld geht, in Thailand. Das war's. Vielen Dank.